Servus, ich bin der Roman hier. Wir sind am Zenturienstand auf der Eurobike. Wir haben eine ganz spannende Neuigkeit hier auf der Messe präsentiert. Das ist das Speed Drive. Das ist ein Bosch SX-Rad, also ein Bosch SX-Antrieb mit fest verbautem Akku für die starturbane Bereiche, Tracking-Geschichten, aber auch das Pendeln. Es gibt es in einer ausgestatteten Variante mit Schutzblech-Gepäckträger. Es gibt es auch in einer schicken, einfach stylischen Variante ohne Schutzbleche, minimalistisch. Wir haben eine eigens entwickelnde Gravel-Gabel hier auch mit Anbringungsmöglichkeiten für 2STARA-System, den Gravel-Cage. Wir haben eine tolle Kabel-Integration durch den Steuersatz. Das ist alles eine sehr schön stimmige Retro-Optik. Gibt es in Diamantrahmen, aber auch in einem Trapezrahmen. Wir haben einen Gepäckträger. Es ist ein Wing-Gepäckträger, auch eine Eigenentwicklung, die für Snappet 2.0-System funktioniert. Und wir haben ein wunderschön gestaltetes Rücklicht am Schutzblech. Wenn man ohne Schutzblech fahren möchte, gibt es aber trotzdem auch beim Gepäckträger die Möglichkeit noch ein Licht anzubringen. Wir haben aber auch noch eine sportliche Version des Crossfire. Das basiert auf dem gleichen Rahmen, ist aber mit Dropbar-Lenker und natürlich ein bisschen einfach Gravel-lastigeren Komponenten für Bikepacking, aber genauso für das Pendeln mit einer ausgestatteten Variante, mit einer nicht ausgestatteten Variante. Das ist alles ein sehr schöner Stadtflitzer und drüben ein tolles Gravel-Bike mit Unterstützung.